Ich hatte mal einen One-Night-Stand und da hat sie zu mir gesagt, dass sie noch Koks da hat und dass sie das von ihrem Hintern ziehen könnte, wie in so einem Film. Und ganz ehrlich, ich bin echt kein Kind von Traurigkeit, aber es war mir dann doch ein bisschen too much. Hab dann die Hälfte liegen lassen. Danach hat sie... Danach hat sie mir über WhatsApp geschrieben, der Sex mit dir war wie ein 1. Klasse Inlandsflug. Hab ich geantwortet, so gut. Sie so, nein, so unnötig. So, nein, so unnötig.